Blutspenden heißt Leben retten. Beim DRK Muldental hat die Blutspende eine lange Tradition und gehört schon seit mehreren Jahrzehnten zu den wichtigen Kernaufgaben des Wohlfahrtsverbandes im Sinne des Gemeinwohls. Die Akzeptanz unserer Blutspender ist sehr hoch. Wir haben sehr, sehr viele Dauerspender, über die wir sehr, sehr froh sind, denen wir auch danken möchten an dieser Stelle. Jedoch ist es so, dass die Blutspendezahlen, die Spenderzahlen nicht hoch genug sind, um alle Bedarfe zu decken. Also auch hier möchte ich aufrufen, jeder, der es möglich machen kann und gesundheitlich in der Lage ist, Blut zu spenden. Nur drei Prozent der infrage kommenden Gesamtbevölkerung spenden Blut. Zu wenig, um die Nachfrage zu decken. Allein in Sachsen werden 700 Blutspenden pro Tag benötigt, um Schwerkranken oder Verletzten zu helfen. Eine Zahl, die aufgrund des Potenzials in der Bevölkerung eigentlich gedeckt werden kann. Blutspenden kann jede gesunde Person zwischen 18 und 73 Jahren. Freiwillige Blutspender befinden sich beim DRK Muldental im besten Händen. Während die Ärzte und das medizinische Betreuungspersonal des DRK-Blutspendedienstes die Blutspende durchführen, kümmern sich die ehrenamtlichen Helfer des DRK Muldental mit leckerem Stärkungsbuffet, helfender Hand und offenem Ohr liebevoll um das Wohl der Spender. Die Rolle des Ehrenamtes ist hier von besonderer Bedeutung. Weitere Unterstützung in diesem Bereich wird jederzeit gesucht. Die Situation im Bereich Ehrenamt ist natürlich wie überall sehr angespannt. Wir sind immer auf der Suche nach ehrenamtlichen Helfern, die uns zu solchen Terminen unterstützen, die die Gemeinschaft Wohlfahrts- und Sozialarbeit stärken. Wir möchten hier auch nochmal aufrufen, kommen Sie zu uns. Sie können Ihr Wissen erweitern und etwas für das Gemeinwohl tun. Die ehrenamtlichen Helfer werden betreut und geschult und sind während der Blutspende für die Freiwilligen zuständig. Nach fünf bis sieben Minuten ist eine Blutspende bereits durchgeführt. Der gesamte Prozess dauert circa eine halbe Stunde. Genau, also wenn der Spender kommt, kommt er zuerst zur Anmeldung. Dort wird der Hb-Wert gemessen und die Temperatur. Und es wird aufgeklärt, dass beim Ausführen des Fragebogens nichts übersehen wird. Vor allen Dingen, wo man das letzte Mal im Urlaub war, wo man das letzte Tattoo hatte oder Piercing, dass man halt wirklich an alles denkt. Und im Anschluss, wenn der Fragebogen ausgefüllt wurde, geht man zur Ärztin und spricht die einzelnen Punkte, auch vor allen Dingen die Punkte, wo der Spender selber noch Fragen hat, auch nochmal ab. Dort wird auch nochmal der Puls bzw. der Blutdruck gemessen, dass man schaut. Manche sind sehr, sehr aufgeregt vor der Blutspende. Wenn der Blutdruck zu hoch ist, sagt man nochmal, ruhigen Sie sich, essen Sie noch was, trinken Sie noch was. Auch ganz wichtig, dass man nicht nüchtern zu der Blutspende kommt. Und im Anschluss kann man dann sozusagen auf unsere Liege, bei uns wird die Blutentnahme liegend, vollzogen, dass die Spender sich sozusagen zurücklehnen, dass sie sich entspannen. Und dann wird die Punktionsnadel gesetzt und die 500 Milliliter abgenommen. Nach der Spende können sich die Freiwilligen am Buffet stärken, welches durch das Ehrenamt liebevoll zubereitet wird. Die weitere Blutverarbeitung findet dann in Dresden statt, bei dem die Eignung geprüft und die weitere Verwendung bestimmt wird. Mit einer Blutspende kann bis zu drei Patienten geholfen werden. Ein einfacher Prozess, von dem keiner, dem eine Spende möglich ist, zurückschrecken sollte. Gerade der hohe Altersschnitt in der Bevölkerung, Grippewellen, Ferienzeiten oder wetterbedingte Einschränkungen machen das Kommen von Neuspendern existenziell. Viele haben Angst. Also wenn wir fragen, wollen sie bei uns Blutspenden, geht es immer zuerst, oh ich habe Angst vor Nadeln, ah das tut weh. Und die meisten sagen aber, wenn sie es einmal hinter sich haben und alles gut war, es tut überhaupt nicht weh. Also es ist manchmal nicht mehr zu vergleichen, wenn man Blut abgibt beim Arzt, weil man dann meistens diesen Unterdruck hat von den Röhrchen und dann tut das meistens weh und bei uns tut es gar nicht weh. Also es ist so, ja man muss sich einmal überwinden und dann läuft es. Läuft es auch bei dir? Blutspendetermine im Muldental, ob in Wurzen, Brandes, Mutschen oder Bennewitz, sind auf der Webseite des DRK unter www.drkmuldental.de einzusehen.